Sie hören »Über Israel reden«, eine deutsche Debatte, von Meron Mendel, gelesen von Timo Weisschnur, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Prolog Meine erste Kindheitserinnerung ist aus dem Sommer 1982. Als ich aus dem Kindergarten nach Hause kam, stand mein Vater vor unserer Haustür, in Soldatenuniform und mit einem schweren Seesack über der Schulter. Wir verabschiedeten uns hastig, da er als Reservist schnellstmöglich zu seiner Armee-Einheit fahren musste, von unserem Kibbutz in der Negev-Wüste, ganz im Süden Israels, hoch in den Norden an die libanesische Grenze, die nun eine Front war. Der erste Libanon-Krieg war ausgebrochen. Damals sprach man jedoch weder von Krieg noch davon, dass er der erste in einer Reihe sein könnte. Uns Angehörigen wurde erklärt, es gehe lediglich um eine kurze militärische Operation mit dem beruhigenden Namen »Frieden für Galiläa«. Wenige Monate später wurde die Operation in »Krieg« umbenannt. Mein Vater kehrte zwar schon nach einigen Wochen zurück, die israelische Armee aber blieb fast 20 Jahre. 1995 wurde ich selbst zum Wehrdienst einberufen und als Infanteriesoldat in den Libanon geschickt. Ich war an einem Militärstützpunkt in der Stadt Marj Ajun stationiert, von der mir mein Vater schon erzählt hatte. Warum ich das erzähle? Es liegt auf der Hand, dass mein Blick auf Israel und den Nahostkonflikt stark biografisch geprägt ist, obwohl ich nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland lebe, wo auch meine Kinder geboren sind. Mein Alltag als Kind und Jugendlicher war kaum von der Politik beeinflusst. Oder genauer gesagt, die militärischen Konflikte mit den Palästinensern und den israelischen Nachbarstaaten waren so stark in unserem Alltag verankert, dass wir sie kaum bemerkt haben. Unser Kibbutz in der Wüste war auf allen Seiten von Truppenübungsplätzen umgeben. Kampfjets und Militärhubschrauber flogen in virtuosen Manövern täglich über unsere Köpfe hinweg. Der Sound von Panzermotoren und Artilleriesalven war uns so vertraut, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnahmen. Auf unseren Spaziergängen über karge Hügel sammelten wir alte Munitionen, die wir als Blumentöpfe oder einfach als Dekoration benutzten. Auch die Gasmasken, die wir Anfang der 90er Jahre während des Zweiten Golfkriegs zum Schutz vor den Skudraketen aus dem Irak bekamen, haben wir umfunktioniert, als Atemschutz beim Lackieren von Bettgestellen oder als lustige Kostüme an Purim, dem jüdischen Freudenfest, das so ähnlich gefeiert wird wie Karneval. Zuhause im Kibbutz hielten wir uns für links, tolerant und weltoffen. Die Lebensrealität war aber wenig bunt. Hier lebten nur Juden und so ist es bis heute. Arabern begegneten wir nur, wenn wir in die Zelte der benachbarten Beduinen eingeladen waren. Ansonsten kannten wir sie vor allem aus den Fernsehnachrichten über militärische Konflikte an den israelischen Grenzen. In der Theorie wollten wir alle in Frieden mit den Arabern leben, aber als tatsächlich eine arabische Familie in unseren Kibbutz ziehen wollte, stand ihre Aufnahme nicht einmal zur Debatte. Die Geschichte des Anderen ertragen In meiner Jugend wurde der Nahostkonflikt zur treibenden Kraft meiner Politisierung. Leider hatten meine Freunde im Kibbutz kaum Interesse an Politik, aber nach der achten Klasse wechselte ich auf ein Gymnasium in der Stadt. Mein Schulweg mit dem Bus war nun sehr lang, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, aber ich fand dort Freunde, die sich so sehr für Politik interessierten wie ich. Die Eltern einiger Mitschüler hatten Ende der 70er Jahre die Bewegung Peace Now mitbegründet. Meine neuen Freunde gehörten zur zweiten Generation Friedensaktivisten. Damals haben wir viel gelesen und diskutiert, unter anderem der geteilte Israeli von David Großmann. Für sein Buch hatte der Schriftsteller Palästinenser begleitet, die 1948 im ersten israelisch-arabischen Krieg geflüchtet waren und nun nach Israel zurückkehrten, nur um festzustellen, dass es ihre alten Häuser nicht mehr gab. Schon bald wollten wir Kontakt mit Palästinensern aufnehmen, aber auf unserer Schule war kein einziger. Das israelische Bildungssystem war damals stark getrennt in jüdische und arabische Schulen. Bis heute sind binationale Schulen in Israel eine Ausnahme. Aber wir erfuhren von einem Dorf bei Jerusalem mit dem vielversprechenden Namen Methoden, Navation und Ludwig von Lüge von Lüge von Lüge von Lüge von Lüge von Lüge und Lüge von 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 Lüge, Äh, der meglio ist es. Sehr gut, sehr gut. Und wieder haben wir jetzt in der Situation beider.